Hallöchen und herzlich willkommen zur Nicht-zur-Dienstagspolitik, so leid es mir tut. Herzlich willkommen zu einem Dienstagabend-Stream und Romy ist leider kurzfristig verhindert und dementsprechend spielen wir heute etwas, was ich schon lange mal ausprobieren wollte, nämlich Big Pharma vom Cliff, der auch Democracy 4 entwickelt hat. Das hier ist ein klein wenig älter, aber ich habe es irgendwann mal vor zwei, drei Jahren oder so gesehen. Ich habe es auf meine Wunschliste gepackt, ich habe es irgendwann in einem Sale mal gekauft. Ich bin nie irgendwie dazu gekommen zu sagen, so, ach, heute probiere ich das mal. Und ich dachte mir, das wäre eine großartige Gelegenheit, das heute mal zu versuchen, weil ich habe ja an einem pharmakologischen Institut meine Doktorarbeit gemacht, obwohl ich Physiker bin und kein Pharmakologe und nicht so wahnsinnig viel Ahnung von einer Medikamentenherstellung habe. Aber so ein klein bisschen was, naja, so ein klein bisschen was bleibt dann doch hängen, wenn man an so einem Institut schafft und so weiter und so fort. Und deswegen will ich heute mal Big Pharma ausprobieren. Ich habe es mir ganz kurz angeguckt, aber ich bin, was das angeht, echt ein Noob. Und so ein bisschen, ich habe es einfach nur das, was ich von damals noch im Hinterkopf hatte, dass es Factorio mit Pillen ist, habe ich jetzt einfach mal einen Titel geschrieben. Ich hoffe, niemand, der ernsthaft Factorio spielt, wird mir das übel nehmen. Es hat durchaus Parallelen, ist in vielen Bereichen aber sehr, sehr anders. Ich habe eben schon einmal Medikamentenproduktion 101 durchgespielt, aber viel mehr habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Das heißt, ich würde die Einführung durchgehen und dann tatsächlich mal die Anfängerszenarios spielen, beziehungsweise wir gucken mal, was wir dann machen. Man kann das halt sehr, sehr lange spielen und sehr, sehr komplex werden, aber für den Anfang sind das halt kleine Stückchen. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, so diese Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie die Sachen dargestellt sind, mit Forschung, mit Entwicklung, mit wie man Wirkstoffe behandelt und so, das ist halt, es hat durchaus Bezug zur Realität. Medikamentenproduktion 101 habe ich eben schon einmal kurz, um es auszuprobieren, ob das mit dem Streamen funktioniert. Und wir gehen direkt mal, also ich würde sagen, wir machen das einfach noch mal, um euch ein bisschen mitzunehmen, in diese ganze Nummer, wie Medikamente hergestellt werden. Also, wir sind hier und haben so einen kleinen Raum. Hier kommen Dinge rein, hier kommt ein Wirkstoff rein. Ich mache das hier mal zu, da kommen wir später zu. Ähm, hier kommt ein Wirkstoff rein, der, ähm, äh, ist ein Effervescent Jack-Ear-Distillate. Keine Ahnung. Äh, es, es hat das Potenzial zu einem Schmerzmittel, hier unten, aber aktiver Bereich ist 5 bis 12. Maximale Stärke ist ein Fragezeichen hinter, das wissen wir nicht. Und aktuell ist er inaktiv, weil er hat eine Stärke von 4. Das heißt, wir müssen ihn aufkonzentrieren. Und hier oben verursacht Übelkeit, und das fängt bei 6 an. Also bei einer Konzentration von 6. Wir wollen keine Nebenwirkungen, wir wollen nur die Wirkung des Schmerzmittels. Also müssen wir ihn einmal aufkonzentrieren. Und dafür gibt es dann einen Verdampfer. Der sieht so aus, den können wir hier wild in der Gegend herumdrehen. Ich setze den mal hier hin. So, und jetzt nehmen wir unseren Wirkstoff und fördern den da hinein. Da kommt er, ja, der wird da hineingepackt. Und wenn er da drin ist, können wir mal draufklicken, wenn er da drin ist, ist er einmal aufkonzentriert. Das heißt also, ein Verdampfer sorgt dafür, dass ein Wirkstoff aufkonzentriert wird. Und tatsächlich ist das auch, hat das durchaus einen Bezug zur Realität. Weil, ihr kennt ja sicherlich auf irgendwelchen Tablettenpackungen oder sowas, da steht dann irgendwie 200 Milligramm dieser Wirkstoff und so weiter und so fort drin. Hier ist es jetzt so, dass wir mit dem Naturstoff, der reinkommt, quasi etwas haben, dass wir da irgendwie die Konzentration höher machen müssen. Und so wird es tatsächlich auch gemacht, wenn die Basis Naturstoffe sind. Das heißt, die werden irgendwo produziert und dann müssen sie noch aufbereitet werden, sodass sie die richtige Konzentration haben. Man nennt es auch therapeutisches Fenster, um ein Medikament darzustellen. Also, dass ein gewünschter Effekt eintritt. Und man kann sich das natürlich im wahren Leben nicht so aussuchen, dass man hier so nette Balkendiagramme hat. So, wenn ich es zweimal aufkonzentrieren würde, dann hätte ich auch, hätte ich ein stärkeres Schmerzmittel, aber ich hätte dabei als Nebenwirkung auch Übelkeit. So ist es nicht ganz. Aber tatsächlich ist die Darstellung schon sehr clever gemacht und irgendwie durchaus etwas an der Realität orientiert. So, jetzt brauchen wir noch einen Tablettendrucker. Den habe ich hier. Den stelle ich hier hin und dann nehme ich mein Fließband und stecke den da rein und exportiere den Wirkstoff. Und sobald er hier rauskommt, kann ich der Geschichte Namen geben. Also, unserem Medikament, was wir hergestellt haben. Also, hier werden Tabletten gedruckt. Und da ist die erste, die rausgeht. Das ist natürlich nur ein Symbol. Und jetzt darf ich sie gleich benennen. Jawohl. Neues Produkt. Zipperlein Stopp. So benenne ich die jetzt einfach mal. Und wir haben das hier abgeschlossen und gehen mal zur nächsten Phase. Also, so funktioniert die Idee hinter der Medikamentenproduktion. Man hat einen Grundstoff und muss dann Dinge damit machen. Und das wird Stück für Stück komplizierter. Ich würde mich auch freuen, wenn einer von euch in irgendeiner Form Fragen hat, soweit ich das kann. Wie gesagt, ich bin kein Pharmakologe. Ich habe aber an einem Pharmakologischen Institut promoviert und habe mich auch mal ein bisschen mit Medikamentenherstellung und so weiter und so fort auseinandergesetzt. Können wir da was machen? Beziehungsweise, ich versuche auch mal, das ein oder andere Gerät in die Realität rüberzubringen, was hier im Spiel vorkommt. Und jetzt machen wir weiter mit der Einführung Heilmittel verbessern. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Und hier unten steht dann das, was wir tun sollen. Ziel. Stellen Sie eine Migränemittelbehandlung bereit. In dieser Einführung lernen Sie, wie man Medikamente verbessert. Wo ist bei diesem Prozess die Bibel? Horst, die beziehst du dich darauf, dass man manche Medikamente immer auf ein dickes Buch draufschlagen muss? Oder meinst du was anderes? Die Verbesserung von Medikamenten ist in Big Pharma sehr wichtig für ihren Erfolg. Höherstufige Heilmittel haben einen höheren Wert, was bedeutet, dass man mit ihnen einen höheren Gewinn erzielen kann. Bevor sie weitere Produktionslinien bauen können, müssen wir unsere Fabrik erweitern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gründstück kaufen, links von Ihrer bestehenden Fabrik. Ja, das machen wir nochmal. Und zack, haben wir eine große Halle. Nun, da wir mehr Platz für Produktionslinien haben, ist es Zeit, einen weiteren Wirkstoff zu importieren. Um einen Wirkstoff zu importieren, klicken Sie auf einen leeren Sockel neben unserem ersten Importsockel. Es öffnet sich die Registrierkarte Wirkstoffe. Hier können Sie alle derzeit verfügbaren Wirkstoffe nach Verfolgung und Expeditionen lossticken, um neue zu entdecken. Unseren ersten und einzigen Wirkstoff sehen Sie links oben. Darauf sehen Sie den bereits bekannten Effekt Schmerzmittel. Ja, hier. Aber wir möchten ihn verbessern, damit sein Wert steigt, damit unsere Patienten mehr für ihn bezahlen. Führen Sie die Maus über den Effekt Schmerzmittel, um eine Verbesserungsaktion zu betrachten. Verbesserungs. Ah, wir können Verbesserung zu Migränemittel verbessern mit Verdampfer. Hier sehen wir, dass wir ihn zu einem Migränemittel verbessern können, indem wir eine Konzentration zwischen 7 und 10 erreichen und dann einen Verdampfer benutzen. Denken Sie daran, dass wir mit Verdampfen die Konzentration unserer Medikamente steigern können. Die derzeitige Konzentration liegt bei 4. Wir brauchen also 3 Verdampfer, um sie auf 7 zu steigen. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Stellen Sie einen neuen Zustrom an Wirkstoffen in der Fabrik her, indem Sie Importieren anklicken. Jawohl. Ja, mit Ledereinband. Jaja. Ich dachte mir schon, dass du das willst. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Lassen Sie uns eine Produktionslinie bauen, die unser Schmerzmittel in ein Mittel gegen Migräne verwandelt. Hoffentlich erinnern Sie sich noch, dass wir 3 Verdampfer brauchen, um die Konzentration auf 7 zu steigern. Na klar. Wir nehmen mal einen Verdampfer. So. Drehen den mal. Und dann brauche ich den nächsten Verdampfer. Und den mache ich so. So. Jetzt. Jawohl. Okay, Sie haben mir da was vorgegeben. Ich mache es ein bisschen anders. Ja. Wenn Sie den Fortschritt Ihrer Medikamente verfolgen möchten, können Sie in Ihrer Fabrik mit einem Linksklick auswählen. Es ist praktisch, um den aktuellen Status Ihrer Formanz zu betrachten, damit Sie sich überlegen können, was als nächstes zu tun ist. Also hier. Ja. Hier sind wir auf 7. Aber wir haben Übelkeit. Aktiv. Bevor wir fortfahren, lassen Sie uns überprüfen, ob wir alles richtig gemacht haben. Wählen Sie den letzten Verdampfer in Ihrer Produktionslinie mit einem Linksklick aus. Sobald er das Medikament verarbeitet hat, sollte das folgende erscheinen. Ja. 7 bis 10. Ja, 7 bis 10. Okay. Sehen Sie das kleine Häkchen über den Voraussetzungen für die Konzentration. Dieses Häkchen verrät uns, dass wir dieses Heilmittel verbessern können. Die alten Verdampfer haben unser Heilmittel nicht verbessert. Sie haben lediglich die Konzentration verändert. Nun, da die Voraussetzungen für die Konzentration erfüllt sind, wird der nächste Verdampfer, der das Schmerzmittel verarbeitet, es verbessern. Sehen Sie, wie die Maschinen in Big Pharma mehrere Zwecke erfüllen können. Man kann mit ihnen die Konzentration von Medikamenten verändern, aber auch Verbesserungsreaktionen für Heilmittel durchführen. Bauen Sie noch einen weiteren Verdampfer und verbinden Sie ihn mit dem Rest Ihrer Produktionslinie. Okay. Noch einen Verdampfer. Äh. Den drehen wir mal so. So. Es dauert eine Weile, bis das Medikament die Produktionslinie wieder auf Laufen haben. Sobald Sie den letzten Verdampfer erreicht haben, wählen Sie ihn mit einem Linksklick aus, um sich das Ergebnis Ihrer harten Arbeit anzusehen. Ihr Schmerzmittel wurde zu einem Migränemittel verbessert. Migränemittel. Nicht verbesserbar. Aktiv. Acht. Okay. Um Ihre Produktionslinie fertigzustellen, fügen Sie einen, äh, Tablettendrucker hinzu. Wie schon zuvor. Ja, 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 ja. Ähm. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Also, Tablettendrucker. Und hier kommt unser Medikament, äh, unser Migränemittel raus. Und ich kann die Zeit beschleunigen. Jawohl. So. Kopfschmerzkiller. Das benennen wir mal so. Und wenn wir nachher unsere eigenen Medikamente machen, dann könnt ihr auch Kanalpunkte für den Namensgenerator raushauen. So. Abgeschlossen. Okay. Erkundung und Forschung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das ist. Oh, er hat meinen, meinen ersten Aufbau ein wenig umgebaut. Zusammenfassung. Okay. Erkundung. Gehen Sie zur Registrierkarte. Wirkstoffe. Hier unten. Dies ist ein bisher noch nicht entdeckter Wirkstoff. Okay. Das kleine Symbol unter dem 1X sagen uns, dass wir einen Entdecker an den Ort schicken müssen, um ihn zu entdecken. Tun wir das. Stellen Sie einen Entdecker ein, indem Sie oben rechts auf Einstellen klicken. Ah. Herzlichen Dank. Ich bin ein bisschen, dieses Tutorial ist unser, äh, okay. Und jetzt wird hier auch einiges, äh, äh, einiges frei. Herzlichen Dank. Ähm. Hier erfahren Sie, wie die Anzahl der untätigen Entdecker, die wir derzeit haben, sowie unsere Mengen an Wirkstoffverbesserungspunkten, äh, diese Punkte erhalten Sie durch Ihren, äh, äh, Ihre untätigen Entdecker und mit, äh, Ihnen können Sie die Wirkstoffkosten senken. Der Einfachheit halber sind Sie in dieser Einführung deaktiviert, werden aber im weiteren Verlauf genauer erklärt. Weisen Sie den ersten, äh, Ihren Entdecker, dem Wirkstoff Drachenkäfer zu, indem Sie das Kästchen anklicken. Ja. Der Prozentwert verrät uns, wie lange es dauert, bis ein Wirkstoff entdeckt ist. In dieser Einführung der Entdeckungsgeschwindigkeit bei 5 Mal, damit Sie nicht zu lange warten müssen. In einem echten Szenario würde dies wesentlich länger dauern. Navigieren Sie über die Schaltfläche am unteren Bildschirmrand zur Registrierkarte Forschung. Ja. Über die Registrierkarte Forschung können Sie Wissenschaftler einstellen und, äh, diese neuen Forschungsprojekten zuweisen. Jedes Forschungsprojekt führt zu etwas anderem. Machen Sie, ähm, manche schalten Maschinen frei, manche eröffnen neue Wirkstoffarten und wieder andere ermöglichen Ihnen, neue Forschungsprojekte zu beginnen. Um diese Einführung abzuschließen, benötigen Sie den Zugang zu einer neuen Maschine namens Ionisator. Stellen Sie einen Wissenschaftler ein und weisen Sie in diesem Projekt zu. Also einstellen und, äh, Ionisator. Jawohl. Untätige WissenschaftlerInnen erzeugen ebenfalls Verbesserungspunkte, auch diese sind in dieser Einführung deaktiviert, werden aber in anderen, äh, in späteren erklärt. Effizienzverbesserung. Gehen Sie zurück zur Registrierkarte, äh, Production Tab. Während wir auf den Abschluss der Erkundung unseres neuen Wirkstoffs, unseres Forschungsprojekts warten, sollten wir unsere bestehende Produktionslinie ein wenig verbessern. Haben Sie schon bemerkt, dass Ihr Tablettendrucker länger braucht, um Medikamente zu verarbeiten, als Ihre Verdampfer? Das stimmt. Sehen Sie, wie sich die Medikamente vor dem Eingang des Tablettendruckers stauen. Diese Ineffizienz können wir ausschalten, indem wir unsere Produktionslinie auf zwei Tablettendrucker aufteilen. Okay. Ich baue also einen zweiten Tablettendrucker. Daneben. Und teile dann hier das Förderband. Korrekt? Wie Sie nun sehen, werden die Medikamente jetzt auf beiden Tablettendrucker aufgeteilt, damit es zu keinem Stau mehr kommt. Ähm, diese Technik können Sie auch auf andere Maschinen anwenden, nicht nur auf Tablettendrucker, aber das werden Sie selbst herausfinden. Wenn Ihr Wirkstoff entdeckt wurde und Ihre Forschung abgeschlossen ist, erscheinen links oben Mitteilungen. Ähm, sehen Sie hier regelmäßig nach, um immer auf dem Laufenden darüber zu sein, was in Ihrer Branche passiert. Okay. Wirkstoff entdeckt. Ähm, fahren Sie mit dem nächsten Teil der Einführung vor, sobald Ihr Wirkstoff entdeckt wurde und Ihre Forschung abgeschlossen ist, denken Sie daran, dass Sie über Ihre Steuerung unten links die Zeit beschleunigen können. Okay. Wirkstoff entdeckt. Okay. Malab... Malabal... Jambutan Juice. Okay. Und... Forschung abgeschlossen. Ionisator. Gen-Soziok-Registrierkarte Wirkstoffe. Jo. Und wir haben den... Malabal... Jambutan Juice. Den würde ich jetzt gerne mal importieren. Äh... Nouveau. Ihr neuer Wirkstoff enthält ein Heilmittel, das den... Das Blutdruck senkend wirkt. Um ein bisschen mehr Geld zu erwirtschaften, werden wir es zu einem Agina-Mittel verbessern. Importieren Sie Ihren neuen Wirkstoff über einen der leeren Sockel und bauen Sie eine Produktionslinie, die ihn verbessert. Okay. Haben wir hier irgendwo noch einen leeren Sockel? Ne. Wir kaufen uns mal sowas hier. Und nehmen dann... Genau. Hier importieren wir den neuen Saft. Äh... Okay. Tipp, tipp, tipp. So. Jetzt haben wir den hier. Der macht Blutdruck senkend. Und... Pupillenvergröße... Äh... Pupillenverengung ist nicht... Äh... Entfernbar. Okay. Horsi fragt, da habe ich auch mal an Medikamentenpapern mitgeschrieben. Äh... Wir haben Grundlagenforschung gemacht. Also... Äh... Eher an Sachen, die mit Wirkstoffen zu tun hatten. Medikament und Wirkstoffen... Beziehungsweise mit... Äh... Mit bioaktiven Substanzen, die irgendwann vielleicht mal ein Wirkstoff werden könnten. Wenn man dazu die ganzen klinischen Studien durchläuft. Also... Ich habe mit an Papern geschrieben, die Dinge gemacht haben auf zellulärer Ebene. Und dieser... Dieses... Dieser bioaktive Stoff war eventuell... Ähm... Hatte das Potenzial, eventuell mal... Ähm... Ein Medikament werden zu können. Aber solche Kandidaten, das ist auch so. Wenn man dann was entdeckt hat, was auf Zellebene, also im Reagenzglas oder in einer... Äh... Petrischale funktioniert. Da ist es dann auch irgendwie... Ähm... Da fliegen auch ganz, ganz viele raus, weil sie irgendwelche Nebenwirkungen haben. Weil sie zelltoxisch sind, wenn man sie so in den Körper reinbringt und sowas. Und aus dem, äh... Wo ich mal ein Paper mitgeschrieben habe, ist da nichts geworden. Weil es ist ein Tool geblieben für... Äh... Die Zellbiologie. Weil es bestimmte Sachen in Zellen ausgeschaltet hat. Es hätte... Potenzial gehabt, auch was im Organismus zu machen. Aber es hat halt zu Zelltoxizität geführt. Äh... Das heißt, äh... In den ersten Laborversuchen, das als Medikament zu etablieren, kam dann schon raus, ne... Funktioniert so nicht, weil es nicht mit dem Leben vereinbar, so wie es wirkt. Es hatte eine tolle Wirkung. Aber... Also man kann jetzt auch nicht wirklich von Wirkung, Nebenwirkungen sprechen. Der Effekt war, ähm... War nicht zielgerichtet genug, um wirklich eine themapolitische Wirkung, äh... Haben zu können. So. Bei Wirkstoffen können wir das noch irgendwie verbessern eigentlich? Ähm... Verbesserung zu Angina-Mittel. Konzentration 0 bis 6. Okay. Das hat er mir, glaube ich, hier auch schon gesagt, ne? Hier unten. Wir sind im Moment auf 8. Okay. Wir brauchen 0 bis 6. Das heißt... Ähm... So. Wir brauchen einen Dissolver. Senkt die Konzentration um 1. Oder wir können einen Ionisator benutzen. Der senkt die Konzentration um 3. Ähm... Tja. Wir bräuchten... Wir sind auf 8. Wir müssen auf 6 kommen. Äh... Das heißt, wir brauchen 2 mal... Ähm... 2 Dissolver. Oder nehmen wir einen Ionisator. Ich fange mal mit dem Dissolver an. Also... Da kommen wir erstmal... So. Und dann... Machen wir mal so weiter. So. Dann müssten wir auf... Dann müssten wir auf... Dann müssten wir auf... Achso. Muss die Zeit loslaufen lassen. Ähm... Da kommt unser Mittel rein. Und dann müssten wir auf 6 sein, hoffe ich. Wenn es da gleich hinein... Geflogen kommt. Und... Hier haben wir es auf 6. Und wir haben die Voraussetzungen erfüllt, dass wir ein Angina-Mittel haben. Und... Dann... Ich guck nochmal gerade... Ich weiß nicht ganz genau, was die da machen. Das ist... Äh... Um das auf ein Angina-Mittel... Verbessern mit Ionisator. Na also... Alles klar. Ja, danke. Also... Wir nehmen den Ionisator. Und... Ach, den können wir so drehen. Hoho. So. Schmeißen wir da rein. Und dann sollten wir... Wenn es jetzt weiter geht... Ah. Verdammt. Bewegen. Verkehrt rum. Jetzt sollten wir... Hier hoffentlich... Ah. Und jetzt haben wir ihn verbessert auf ein Angina-Mittel. Und dann müssen wir ihn wieder aufkonzentrieren. Ich verstehe. Also... Verdampfen wir. Ein Verdampfer. Zwei Verdampfer. So. So. Ich bin jetzt mal gespannt. Reicht das? Ne. Wir brauchen noch einen dritten. So. Ja. Oh. Schöne Spaghetti. Ich sehe schon. Und jetzt kommen wir... Hier rein. Und... Sie haben ein... Angina-Mittel. Das Aktiv ist mit einer Konzentration von 6. Und jetzt... Machen wir daraus... Tabletten. Und zwar so. Und... direkt mit zwei Tabletten-Druckern, weil... die Tabletten-Drucker sind langsam. Sieht man das hier eigentlich? Verarbeitungszeit 2. Ah. Verarbeitungszeit 1. Alles klar. Und da haben wir es schon. Agina-Killer. Den nennen wir mal... Agina-Killer. Und... Äh... Wenn ich diese ersten Tutorials abgeschlossen habe, dann... Äh... Jawoll. Dann werden wir auch mal unsere eigenen Tatsache nennen. Erkundung und Forschung. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh... Ah, das haben sie etwas anders gebaut, als ich das gebaut hätte. Willkommen zur Einführung 4. Zur Einführung 4. In diesem Einführung werden wir nun eine einzige Produktionslinie entwerfen, aber dafür... Äh... Aber dafür ist die ein echter Brummer. Unser Ziel besteht darin, ein Anti-Kon-Wu... Ein Anti-Kon-Wul-Sie-Wum herzustellen. Dies ist ein Heilmittel vom Grad 3 und könnte damit eine echte Geldmaschine werden. Als erstes machen wir uns dazu an die Planung. Gehen Sie über die Schaltfläche am unteren Bildschirmrand zur neuen Registrierkarte Heilmittel. Okay. Oha. Die Registrierkarte Heilmittel besitzt zwei Funktionen. Zuerst einmal dient sie als Übersicht über alle Heilmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen und zeigt Ihnen an, wie Sie jedes davon auf dem nächsten Grad verbessern können. Ja, deswegen muss man in der Palizin das Latinum haben. Gar keine Frage. Ich hatte nie Latein. Da stehen mir immer die vielen, ähm... Die seltsamen Wendungen im Latein ein klein wenig im Wege. Ähm... Okay, hier geht es jetzt also um die Wirtschaftlichkeit, ja. Also, mal hier gucken, Schmerzmittel, ähm... 105 Euro, was heißt das? Äh, es wird verbessert zu einem Migränemittel, damit verdienen wir 199 Euro. Und wenn wir das weiter verbessern, kommen wir, äh, ins Antikonvulsivum hin. Das könnte 563, äh, bringen. Und, okay. Dies ist der Teil des Bildschirms, in dem, äh, äh, dem unsere Interesse nun gilt. Damit wir planen können, wie wir unser Antikonvulsivum herstellen, zunächst müssen wir ein Migränemittel herstellen. Das sollten Sie vor keine großen Probleme stellen, da wir dies bereits in Einführung 2 getan haben. Als nächstes müssen wir es zum Antikonvulsivum verbessern. Dazu gibt es eine zusätzliche Voraussetzung, die, äh, die uns neu ist. Der sogenannte Katalysator. Bevor diese Verbesserungs, äh, Reaktion beginnen kann, brauchen wir eine besondere Nebenwirkung unseres Medikaments, das als Katalysator für diese Reaktion dient. Und, äh, lassen Sie uns unsere, äh, lassen Sie uns unseren Katalysator suchen. Gehen Sie zur Registrierkarte Wirkstoffe. Ihnen wird auffallen, dass dort ein neuer Wirkstoff zur Verfügung steht. Zwar, Shimmering Pangsat Pieces. Okay. Sehen Sie sich im Effekt verursacht Schwindelgefühl, sowie das Symbol daneben an. Dies ist der Katalysator, den wir brauchen. Also, verursacht Schwindelgefühl. Entfernen mit Ionisator. Okay. Herstellung des Migränemittels. Zuerst stellen wir das Migränemittel her, das wir zu dem Antikonvulsivum verbessern können. Öffnen Sie Ihre Registrierkarte Produktion und kaufen Sie sich ein Grundstück im Nachbargebäude. Klicken Sie auf den Sockel an der Wand rechts oben an und importieren Sie den Wirkstoff, der das Schmerzmittel enthält. Das ist das hier. Genau. Jetzt bauen Sie die Maschine, die zur Verwässerung des Schmerzmittels in einem Migränemittel benötigt wird. Wenn Sie nicht mehr wissen, wie das geht, scrollen Sie zu Ihrem anderen Gebäude hinüber und begutachten Sie Ihre bestehende Produktionsmittel für das Migränemittel. Okay. Also. Ups. So, dann kaufen wir mal hier. Und das Migränemittel war jenes hier. Also ein, zwei, drei, vier und dann zwei Pillenmaschinen. Also. Einmal den hier. Dann. Ein Verdampfer. Das klappt so nicht. Bewegen. Machen wir so. Dann machen wir so. Und erstmal machen wir so. Dann machen wir so. Und dann machen wir einen Verdampfer hier hin. Und einen Verdampfer hier hin. So. Ah. Das brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir ein Migränemittel hergestellt. Ach. Verdammt. Verdammt. Um Platz zu sparen, können Sie eine neue Agglomerator-Maschine einsetzen, die die Konzentration in einem Arbeitsgang um drei steigert. Na, herzlichen Dank. Okay. Okay. Also nochmal von vorne. Immer schön zu Ende lesen, André, ne? Ja, ja. Ähm. Okay. Dann machen wir die mal hier hin. Und da kommt sie raus. Und da bauen wir dann, was macht der Agglomerator? Auch eins. Dann muss sie, muss das Zeug noch in einen Verdampfer rein. So. Jetzt haben wir unseren, äh, Migränemittel hergestellt. So. Migränemittel haben wir. Und hinzufügen des Katalysators. Jetzt brauchen wir, äh, unseren Katalysator. So, importieren Sie den Katalysator-Wirkstoff durch einen Sockel unten, äh, unter dem letzten. Also hier, da würde ich gerne den hier importieren. Wir müssen die Effekte dieses Wirkstoffes zu den Effekten unseres anderen Medikaments hinzufügen, damit wir das Migränemittel und die Nebenwirkung verursacht Schwindelgefühl in einem Medikament vereinen. Zum Glück gibt es dafür eine Maschine. Den Multimixer. Wir finden Multimixer in der Werkzeugsleiste Erweiterungen. Hier haben wir einen Multimixer. Okay. Also. Drehen wir das mal. So. Und so. Jetzt haben wir verursacht Schwindelgefühl. Und Migränemittel. Okay. Ja. Wenn Sie jetzt die Maus über das Migränemittel führen, sollte dort angezeigt werden, dass die Voraussetzung im Katalysator nun erfüllt ist. Und zwar durch ein kleines Häkchen daneben. Jo. Gut gemacht. Jetzt können wir das Heilmittel verbessern. Von hier an geht es weiter wie zuvor. Sie müssen die Konzentration steigern, damit Sie die Verbesserungsvoraussetzung erfüllen. 15 bis 18 und dann das Medikament durch einen Agglomerator laufen lassen, um es tatsächlich zu verbessern. Ja. Versuchen Sie einmal selbst herauszufinden, wie das funktioniert. Sollten Sie Hilfe brauchen, konstruieren Sie den Grundriss unten. Ja. Wir müssen hier verbessern auf 15 bis 18 und dann durch einen Agglomerator laufen lassen. Wir sind im Moment bei 9. Das heißt, zwei, also drei Agglomeratoren werden wir brauchen. Also kaufen wir uns noch eine Halle. Das wird ein bisschen eng. Aber ich versuche mal klar zu kommen. Also. Erstmal. Achso. Der geht nach da. So. Dann so. Dann so. Zack. Zack. Da muss jetzt hier was rauskommen. So. Und hier müssen wir jetzt gleich ein Medikament bekommen. Jawoll. Antikonvulsivum. Allerdings hat das eine Konzentration von 18. Der letzte Schritt besteht darin, den Effekt zu aktivieren, indem wir die Konzentration senken, bis sie im aktiven Konzentrationsbereich liegt. Denken Sie daran, dass Sie die Maus über die Konzentrationsbalken eines Effekts führen können, um sich den aktiven Konzentrationsbereich anzusehen. Okay. Also wir müssen den jetzt runterbringen. Wir sind auf 18 und 11 bis 15. Das heißt also, wir brauchen, wir brauchen Dissolver oder Ionisator. Äh, senkt die Konzentration um 3. Jawoll. Das machen wir doch mal. Und zwar so. So. Und jetzt sollten wir hier ein Medikament bekommen. Genau das. Jawoll. Aktiver Bereich. Erhöht leider auch den Blutdruck. Ja, sieht fast wie eine Fabrik für Mikrochips aus, könnte man so sagen, ja. Und erhöht den Blutdruck. Das bekommen wir aber leider nicht runter. 8 bis 16. Äh, 11 bis 15. So. Okay. Also, das haben wir gemacht. Jetzt Tablettendrucker. Brauchen wir wieder 2. Die setzen wir hier hin. So. Und dann bauen wir unser Medikament zusammen. Es ist schon sehr, sehr komplex. Und, ähm, das mit dem Ionisator, dass das, äh, Konzentration, äh, äh, heruntersetzt. In manchen Bereichen stimmt das eventuell. Äh, aber auf jeden Fall haben wir jetzt unseren, der Krampfheiler. Ja. Also, unser Antikonvulsivum. 563 Euro verdienen wir damit. So. Hätten wir das abgeschlossen. Hoffe, ich kann mich an die Katalyse-Reaktion wieder erinnern. Ähm, aber ansonsten habe ich ja meinen aufmerksamen Chat bei mir, hoffe ich. So. Oh, der Schüttler. Ui, 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 ui. Hallo und willkommen zu Einführung 5. In dieser Einführung lernen Sie, wie man den Schüttler verwendet. In ihrer Abwesenheit war hier jemand fleißig und hat eine Produktionslinie gebaut. Es soll ein Medikament hergestellt werden, das angstmindernd wirkt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Es gibt ein Problem beim Mischen. Sehen wir uns das mal genauer an. Wählen Sie ein, äh, wählen Sie eines der Medikamente auf dem Fließband, das zum unteren Eingang des Multimixers führt. Äh, was ist denn der Mult, achso. Das hier. Distillat aus Adamantallik verursacht Schwindelgefühl, erhöht den Blutdruck, ist ein Schlafmittel. Ja. Führen Sie die Maus über das Schlafmittel, um die Verbesserungsreaktion, äh, äh, Reaktion angezeigt zu bekommen. Verbesserungsvoraussetzungen, Katalysator und Konzentration 11 bis 14. Okay. Für die Reaktion benötigen wir einen blauen Dreieckskatalysator. Wählen Sie ein Medikament aus, das an dessen Oberseite in den Multiplexer hineinfährt. Äh, das hier. Ja, da haben wir, ähm, Harnverhaltung. Da haben wir dieses Symbol. Da haben wir unseren, äh, kleinen blauen Dreieckskatalysator. Das Problem ist allerdings, dass er sich in demselben Feld befindet, wie das Schlafmittel bei dem anderen Medikament. Beide nehmen das erste Feld ein, welches sie zwischen den beiden Medikamenten hin und her, um es selbst zu sehen. Ja, okay. Hier oben Schlafmittel, erhöht den Blutdruck, verursacht Schwindelgefühl. Und hier Harnverhalt. Okay. Um zu erklären, warum dies ein Problem ist, müssen wir uns den Multimixer genau ansehen. Wählen Sie ihn aus und sehen Sie zu, was passiert, wenn wir diese beiden Wirkstoffe zusammenfügen. Ihnen wird auffallen, dass das Schlafmittel weggefallen ist. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Okay. Ach so, dann habe ich nur noch Nebenwirkungen. Äh, das liegt daran, dass der Multimixer keine zwei Effekte miteinander vermischen kann. Die selbe Feld einnehmen. Kommt es zu einem Konflikt, behält der Multimixer den Effekt bei, der als Basis angegeben ist. Dies kann über die Schaltfläche Basis ein-, aus-, ein- und ausgeschaltet werden. Allerdings hilft das unter den gegebenen Umständen nicht, weil die beiden Effekte, hinter denen wir her sind, das Heilmittel und der Katalysator, dasselbe Feld einnehmen. Und hier kommt der Schüttler ins Spiel. Er versetzt die Position der Effekte um eine nach unten, damit es zu diesem Problem nicht mehr kommt. Löschen Sie die Fließbänder und bauen Sie hier einen Schüttler. Ah, okay. Ich möchte einen Schüttler bauen. Und er schüttelt auch ganz fleißig. Geile Animation. Okay, und damit schiebt er den Harnverhalt nach unten. Okay, ich verstehe. Was macht der Schüttler? Hat Verarbeitungszeit 2. Okay. Wählen Sie jetzt den Multimixer aus. Sobald Sie durchgeschüttelte Medikamente ihn erreichen, wird Ihnen auffallen, dass nun, da der blaue Dreieckskatalysator im zweiten Feld steht, das erste Feld leer ist und mit dem Schlafmittel gefüllt werden kann. Et voilà. So haben Sie nun den Katalysator und das Heilmittel in einem Medikament und sind bereits zu dessen Verbesserung. Jawohl. Der Rest der Produktion ist bereits fertig. Sie brauchen also nichts mehr zu tun, um diese Einführung abzuschließen. Okay. Gucken wir uns mal an, was wird hier gemacht. Im Autoklav wird die Konzentration von 20 auf 10 runtergesetzt. Habe ich den hier. Autoklav halbiert die Konzentration. Okay. Kryogenischer Condon verdoppelt die Konzentration. Okay. Sobald Sie das Medikament mit dem Effekt Angstmindernd benannt und verkauft haben, ist die Einführung abgeschlossen. Wahrscheinlich. Ja, und hier im zweiten Schritt kommt dann tatsächlich das Angstmindernde Medikament raus. Verursacht Schwindelgefühl, aber das brauchten wir. Ähm, okay. Stresslinderer. Benennen. Und hier wird es schon komplex, dass mir der Kopf braucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. So. Fortgeschrittene Themen. Aber, äh, ich bin schon gespannt, wenn wir, äh, endlich ein bisschen Freiraum haben. Ich sehe das so ein bisschen als Tutorial an, aber ich mag das auch, mich, äh, neu in ein Spiel, äh, ähm, reinzufuchsen. Und, ähm, okay. Gehen wir mal auf fortgeschrittene Themen. Okay. Hallo und willkommen zur Einführung fortgeschrittene Themen. Dieser Einführung widmen wir uns der Registrierkarte Unternehmen, der Analysatormaschine, der Verbesserung von Wirkstoffen, der Verbesserung der Forschung. Okay. Die Registrierkarte Unternehmen. Zack. Jetzt beginnen wir mit der Registrierkarte Unternehmen. Hier erhalten Sie einen Überblick über den Cashflow Ihres Unternehmens, sofern Informationen zu, äh, äh, sowie Informationen zu allen Produkten, die Sie herstellen. Die Statistik über den, äh, Produktionsmenge und den jeweiligen Gewinn. Derzeitiger Gewinn. Okay. Ja. Darüber hinaus können Sie sich über die Heilungswertung eines Produkts informieren, indem Sie die Maus über die Spalte mit der Überschrift Heilungswertung führen. Heilungswertung. Äh. Ach, das ist die Heilungswertung. Bewertung. D. C. Äh. Neunmal Angstzustände gemildert. Drei Schwindelanfälle. Na super. Im Bild oben sehen Sie die Heilungswertung für Ihr Migräne-Mittel. Zwar, äh, es wirkt zwar nicht schlecht gegen Migräne, aber die Wertung ist durch seine Nebenwirkungen leider gemindert. Den Patienten gefällt es nicht, dass ihnen von dem Mittel übel wird. Ja, das kann ich mir vorstellen. Heilungswertung basieren darauf, wie gut ein Medikament seinen Zweck gegen ein bestimmtes, äh, Leiden erfüllt und wie häufig es zu Nebenwirkungen kommt. Diese beiden Faktoren hängen von der Stärke des Heilmittels oder der Nebenwirkung des Produkts ab. Die Stärke variiert je nach Konzentration des Medikaments. In dem nächsten Abschnitt erfahren wir mehr darüber. Die Heilungswertungen sind in Noten von S plus bis runter zu F aufgeschlüsselt. S plus. Die Durchschnittsnote ist C. Hat ein Produkt eine bessere Wertung, erhält sie einen Bonus auf ihren Wert, liegt die Wertung eines Produkts darunter, erhält sie einen negativen Modifikator auf ihren Wert. Als nächstes lernen wir eine Maschine kennen, mit der wir die Heilungswertung unserer Produkte verbessern können. Die Analysator-Maschine. Heilungswertung, bla bla bla. Mit dem Analysator können Sie die Konzentration bestimmen, bei der ein Heilmittel oder eine Nebenwirkung die maximale Stärke hat. Dieser Wert heißt maximale Stärkekonzentration. Kehren Sie zur Registrierkarte Produktion zurück. Bauen Sie neben den letzten freien Sockel in Ihrem ersten Gebäude einen Analysator und verbinden Sie ihn mit Fließbändern. Ähm, Sie finden den Analysator in der Werkzeugleiste Erweiterungen. Okay. Analysator. Okay. Machen wir das mal so, wie die das da auch gemacht haben. Zack. So. Jetzt richten Sie in diesem Sockel einen Import von, äh, sprudelndem Eselohrendestillat ein. Okay, äh, Wirkstoffe. Hab ich sprudelndes... Ah. Efficient Jack-Ear Destillate. Okay. Es ist auf der einen, im Tutorial, äh, ist es, äh, übersetzt, äh, hier ist es nicht übersetzt. So. Der Analysator beginnt mit der Analyse Ihrer, äh, Ihrer Wirkstoffe. Bitte beachten Sie, dass Medikamente während der Analysevorgangs vernichtet werden. Nachdem mehrere Wirkstoffe in die Maschine gefahren sind, erhalten Sie zwei Mitteilungen, die Sie darüber informieren, dass der Analysator sämtliche Effekte Ihres Wirkstoffs abgeschlossen ist. Über die Zeitsteuerung können Sie den Vorgang beschleunigen, wenn Sie möchten. So, eine Mitteilung. Gute Nachrichten, äh, Sie haben den Effekt verursacht Übelkeit ausreichend untersucht, um dessen maximal stärke Konzentration herauszufinden. Um starke Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten Sie eine Endkonzentration wählen, die so weit wie möglich von maximal stärke Konzentration entfernt ist. Okay. Bekannt ist, wird sie auf einem Effekt durch ein leuchtendes Quadrat angezeigt. Mit diesem neuen Wissen ausgestattet, können Sie nun Ihre vorhandene Migränemittelproduktionslinie verbessern, indem Sie die Endkonzentrationen von der maximal stärke Konzentration der Nebenwirkungen verursacht Übelkeit abrücken lassen. Also, wo haben wir denn hier was? Genau, hier bauen wir das, äh, das Migränemittel und da sind wir, ähm, Okay. Achso, da verbessern wir es auf, Ah, okay, wir sind hier, machen wir gerade Zeit, ne, müssen wir mal weiterlaufen lassen. Vielleicht das richtig sehe, sind wir mit dem, äh, müssen wir mit dem Migränemittel also hier an dieser Stelle etwas tun. Also, ich halte mal die Zeit an. Dankeschön. Ich muss, muss nochmal die Zeit laufen lassen, sonst sehe ich es nicht. So, Migränemittel sind wir da und jetzt müssen wir es noch zwei Konzentrationen runterschieben, um hier bei der Übelkeit wegzukommen. Also, eins, zwei. Äh, zweimal verdünnen. Und da haben wir doch was. Äh, Senkt die Konzentration um eins. Das heißt also, hier bauen wir, äh, äh, Dissolver hin. Wie machen wir das denn? Bewegen wir die mal. Die beiden Tabletten-Dinger. So. Ein Dissolver. Habe ich mich in der Sackgasse manövriert. Ne, ein Ionisator senkt die um drei. Ah, dann ist die Nebenwirkung weg. Ihr habt wahrscheinlich vollkommen recht. Also, ich bin jetzt hier, eins, zwei, also ich bin hier, eins, zwei, drei. Und hier unten, eins, zwei, drei, bin ich immer noch beim Migränemittel. Großartig. So schön, wenn andere mitdenken. Dann hätte ich also das alles nicht wegtun müssen. Also, Ionisator. Sehr schön. Ähm, jetzt bauen wir noch die, nee. Jetzt müssen wir noch die Pillen drehen. So. Und bewegen. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, verursacht Übelbarkeit, ist weg und hilft trotzdem noch gegen Migräne. Gutes Auge. Ich habe gar nicht daran, äh, ähm, gar nicht daran gedacht, dass, äh, äh, dass tatsächlich ich die Nebenwirkung auch komplett ausschalten kann. Das sind ja, aber, ja, äh, macht natürlich Sinn. Äh, Kevin, herzlichen Dank. Und, ähm, herzlich willkommen, wollte ich mal ganz sagen, äh, Luca und auch Kevin, die, äh, ich glaube ich bisher bei uns noch nicht gesehen habe. Ähm, genau, Migräne weg. Ohne, ohne Übelkeit. Sehr schön. Das freut mich. So, mit diesem neuen Wissen ausgestattet, ja, ähm, aber Vorsicht, die Herstellung eines effektiven Medikament oder eines mit einem höheren Heilungswertung führt nicht immer zu einer profitablen Medikament. Das liegt daran, dass hierzu oft die Verarbeitungskosten gesteigert werden müssen, um die zusätzlichen Maschinen zu bezahlen, die zur genaueren Dosierung der Konzentration ihres Medikaments vonnöten sind. Sie müssen selbst entscheiden, ob die Investition in ein bestimmtes Produkt sich lohnt. So, gucken wir jetzt mal nach unserem Migräne weg, Migränemittel, Heilungswertung C, Migräne verhindert, ist leider nur durchschnittlich, weil unsere Wirkung niedriger ist. So, Wirkungsverbesserung. In den letzten fünf Einführungen haben Sie Wirkstoffverbesserungspunkte gesammelt. Nun ist es Zeit, sie auszugeben. Gehen Sie zur Registrierkarte Wirkstoffe. Ihre Gesamtpunktzahl wird oben rechts angezeigt. So, Wirkstoffe. Hier oben 10 haben wir. Für jeden der von Ihnen entdeckten Wirkstoffe gibt es eine Schaltfläche Verbessern. Führen Sie die Maus darüber, um sich die Verbesserungskosten und den dazugehörigen Bonus anzuzeigen lassen. Also, verbessern. Wirkstoffrabatt 10%. Wirkstoffrabatt 10%. Wirkstoffrabatt 10%. Wirkstoffrabatt 10%. Verbessern Sie nun einen Wirkstoff, indem Sie auf die Schaltfläche Verbessern klicken. Okay, dann machen wir doch mal den. Sehen Sie, dass die Anzeige unter der Schaltfläche aufleuchtet. Hier wird angezeigt, mit welchem Verbesserungsgrad sich jeder Wirkstoff befindet. Der höchste Verbesserungsgrad liegt bei 5. In einem echten Big Pharma Spiel werden Sie sich beim Verbessern auf die Wirkstoffe konzentrieren, die Sie am meisten importieren oder die einen hohen Importpreis haben. Gehen Sie zur Registrierkarte Forschung. Das Verbessern von Forschungsprojekten funktioniert genauso wie die Verbesserung von Wirkstoffen. Ihre Gesamtzahl an Forschungsverbesserungspunkten wird rechts oben angezeigt. Gelü. Oh, 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 oh. Okay. Im Gegensatz zur Wirkstoffverbesserung hängt der Bonus einer Verbesserung hier von den jeweiligen Forschungsprojekten ab. So sorgt die Verbesserung von Maschinen zum Beispiel für eine Senkung der Verarbeitungskosten, während Infrastrukturprojekte häufig globalen Boni für Ihr gesamtes Unternehmen mit sich bringen. Als Beispiel zeigen wir Ihnen hier das Verbesserungskästchen des Ionisators. Wo haben wir denn den Ionisator? Ähm, Analyseator, Ionisator. Ähm, okay. Hier kriegen wir dann von 35 pro durchgeführte Aktion auf 32. Um diese Einführung abzuschließen, verbessern Sie eines Ihrer Forschungsprojekte. Ähm, nun sind Sie auf das Spielen von Big Pharma vorbereitet. Diese Einführung bietet lediglich einen oberflächlichen Ausblick auf das, was Sie alles im Spiel zu sehen und zu entdecken ist. Experimentieren Sie also ruhig weiter herum. Okay. Einfache Erkundung. Äh, okay. Und Tablettendrucker. Da verbessere ich mal. Okay. Und wir haben es abgeschlossen. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Äh, okay. Äh, okay.